Hallihalöschen Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Let's, äh, ne, doch nichts. Äh, ja, das ist der Gnomek, Observer 10. Den habe ich beim Gewinnspiel von Quick Term Lp gewonnen. Ähm, da hat sich wohl eigentlich gemeldet, deswegen kriege ich den Gnomek. Ähm, ich werde den nicht spielen, ich werde einfach nur seine 43 Pilze verballern, das kann ich am besten. Die hat der alle in seiner 5, in seiner langen Lebenszeit sich erkämpft. Und die werden wir jetzt ausgeben, ey, weil ich will ja nicht Multi-Accounten, sonst kriegen wir Ärger mit dem Frank oder so. Mit dem Frank. Dann machen wir ein bisschen geschick, ähm, der hat noch gar keine Dungeons gemacht, das finde ich super toll. Ja, der hat noch gar keine Dungeons, aber alle 3 sind offen. Deswegen fangen wir mal beim Gespenst an, das wird ein lustiges Video. Bombs, direkt Epic. Hahaha, haha, 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 aber, ey, komm, besser als 79 Intelligenz. Ja, Quick Term Lp war, ist anscheinend nicht so, der ist, ähm, S4 League Pro. Ja, ich habe gerade noch S4 League gespielt, ähm, aber hier, komm, da ist ja kein Problem. Aber er hat ja schon ein tolles Gewinnspiel draus gemacht, vor allen Dingen, da er die Pilze gespart hat. Und wieder ein Dungeon, ach, kein Problem für unseren Gnomic. Auch der, ähm, Firlefanz. F-F-Firlefanz. Ja, ich war, krellen, die ganze Zeit, bin jetzt auch voll gefressen. Ah, der Fette hat schon wieder gefressen. Hä, 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 hä. Nein. Nee, der ist auch schlecht, aber für das Level wäre super gewesen. Nach Ghoul, auch kein Problem. Und ein Schal, boah, der kriegt voll die geilen Epics, Alter. Und die Banshee, ja, die gucken wir uns doch mal an. Fast One-Hit. Bäm. Ich bin nicht fett. Ihr labert alle nur. Ja, der wird schon ein bisschen schwieriger. Ach, was. Das ist alles nur, weil die Hater mich hassen. Deswegen sind sie auch Hater. 26 Stärke, ja, das ist schon mal was besseres als der Müll hier. So, ich glaube, Fleisch-Golem ist schon mal nicht machbar. Aber der Wascher-Glumpf. Auf jeden Fall. Nee, dann was besseres. Aber schön, dass man auch hier einen Effekt bekommt. Yeti, lachen wir aus. Ein 21 Stärkeschild. Das ist sogar noch besser als das hier. LOL. Ja, Skelett futzen wir auch kaputt. Und erreichen Stufe 36. Boah, das macht irgendwie Spaß. Man müsste mal ein Charme-Best-Level-100 spielen. Schaffen wir auch direkt. Ja, Stein-Gigant. Da werden ein paar Pilze fließen, glaube ich. Komm, Fall. Oh, ist schwierig, denn er hat ja wirklich nicht das beste Equipment. Ja, komm, machen wir erstmal die Kanal-Ratte. Und dann noch die Staub-Fledermaus. Ein paar Pilze können wir noch verballern. Dann müssen wir den Gnomik auch schon wegpacken. Aber wir kriegen eine Epic-Rüstung, die wir brauchen können. Dann schaffen wir auch den Steingiganten. Fall um. Ein paar Pilze habe ich noch. Die ich nicht gekauft habe. Yay! 613 Gold. Die stecken wir jetzt in. Stärke. Ja, wenn wir den Stein... Äh, der Fleischkole... Hm. Hm. Ah, der müsste eigentlich nicht zu schaffen sein. Der wird nicht zu schaffen sein. Oder? Ein paar Pilze haben wir noch. Ein paar Pilze haben wir noch. Ja, die Let's Play-Folgen kommen etwas unregelmäßig, denn ich muss sagen, ein bisschen langsam machen. Also ich habe noch Folgen im... Ja, den Kopf gucken wir uns an. Habe ich noch Folgen im... In einer Reserve. Aber... Ich habe mich ja nicht drauf spezialisiert. Und es ist ja auch nicht meine Pflicht. Ich bin ja euch keine Rechenschaft schuldig. Und... Ja, deswegen mache ich heute mal zwei bis drei Tage. Ich sehe, dann macht es auch mehr Spaß, hier zu gucken, finde ich. Und ja, dafür kommen wir so andere Videos. Wie jetzt zum Beispiel den Gnome-Glade zu pülzen. Ja, hat doch Spaß gemacht. Es ist interessant, was der so für Epics bekommen hat. Ja. Mal gucken, was ich mit dem anstelle. Wegmachen... Na, ich weiß nicht. Hm. Was machen wir mit dem... Boah. Older. Das hat ja meine Oma noch getragen damals. Offenzeichen. Ah. Epic Fail. Ich habe den ja heute schon ein bisschen aufgebessert. Ach, der geht einfach mal 10 schon arbeiten und wir loggen uns in Magic. Um auf der 10 ein. Jetzt kommt sofort so ein Hate. Ich meld dich bei Support. Weil du Multi-Accountless. Nein, ich passte den... Ah, ha, ha, ha. Hm. Ja, der Stadt war schon fertig. Auf S15 hoch. Hab ich Post. Nur Angriffe. Die fühlen mir meistens ist Peilen. Ich hab nicht mal zum Ausdauer und Schärgetrank drin. Und die Angreife verlieren trotzdem. Warum ich so viele Pilze verlor hab? Das liegt an der Scheiß Ausdauertrank hier. Ich hab bestimmt die ganze Pilze verblättert und es kam nicht ein Ausdauertrank. Ja, Cultures. Hab ich jetzt mein Palast auf 10. Fester 10. Steinbruch 10. Jetzt kommen erst mal wieder die anderen Gebäude. Hm. Ja, ist dieben. Spoilere ich nicht. Oh, aber dann sag ich, ist ruhig um meinen Account geworden und dann kommen direkt nach dem Video oder sofort ganz viele Abos. Ja. Stellt mich jetzt nicht. Aber. Pfff. Ist lustig. Äh, ja. Das war es eigentlich schon vom Video. Hm. Hier hab ich Post von Toasty1. Nein. Ich find's auch immer groß. Ich fähre mich irgendwelche Leute, äh, Darius nennen, die ich nicht kenne. Das krieg ich immer fast ne Hälsers. Hey, Darius. Äh, lang ich's mehr von dir gehört. Äh, 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 äh. Who are you? Und wer hast du mit meiner Mutter gemacht? Oh. Epic Fail. Naja, ich bin raus. Bis denn. Ciao. Ciao.